Ja? Kliatschi, kliatschi, ja Popo, Sadomaso macht so froh, küßt der Meister in die Hand, Sadomaso, das entspannt. Und der Burr hört aber nicht auf. Zu netten Kegelklub zum Pumsen. Herren und Damen halb und halb gemischt. Such netten Kegelklub zum Pumsen. Der schnitt Bier, ach gern, Champagner, Zisch. In der Flut von Reaktionen war das Resultat. Schien sich echt zu lohnen, so ein Wieserrat. Aber langsam finde ich alles nicht mehr toll. Und ich habe meine Ängste, wie das enden soll. Eins, zwei, drei, vier, baum. Such ein nettes, altes, heim zum Pumsen. Friedhofsnahe, heiter und gepflegt. Und ich habe mir gedacht, ich bestell mir keinen Kaffee, damit ich ja kein Gustav auf eine Zigaretten kriege. Solidarität ist angesagt. Ich bestell mir einen Orangensaft. Kommt der Köhner, bringt mir das Glas, was steht am Glas um? Rauch. Sie werden jetzt fragen, was ist eine Jury-Fetzung? Also ohne ihr Gefühl zu verletzen, das ist eine Tiefel, bitte sehr, was man nimmt nach dem Geschlechtsverkehr. Man sollte es also nicht benutzen, zum Schuhe oder Fenster putzen. Man hat's weit liegen, griffbereit, unterm Bett ist's wieder an der Zeit. Tiefel, 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 Tiefel. Und ich habe mir gedacht, du ist spät mit uns. Ja, ja, da tue ich spät mit uns. Ja, ja, da tue ich spät mit uns. Ich brauch ein Bier, sonst kommt mir um. Ich sitz im Paisel und trinke eine Flasche Bier. Auf einmal merke ich bin komplett Stier. Pazza Freibodinste, nein. Lass es richtig aus, jetzt ist es schon gut. Pazza Freibodinste, nein. Warte! Pazza Freibodinste, nein. Pazza Freibodinste, nein. Pazza Freibodinste, nein. Pazza Freibodinste, nein. Untertitelung des ZDF, 2020